Ja, hallo zusammen bei einer weiteren Folge von Agents of Mayhem und wir suchen den ekligen Gorn, der ja Popsänger ist und das mehr schlecht als recht. Wir haben sein Auto geklaut, Theresa, glaube ich, in die... Oh, I recognize that scent. It's the pain of locker rooms across the country. Douche-Cologne. It's French, it's Douche-Eh. Oh, of course. My mistake. Ja, wir sind auch der Weg. Ja, once that funk reaches your stomach, that's when the real party begins. Okay, was am Video schön ist. Nice. Okay. Und ich glaube, wir haben auch ein Fahrzeugplan gekriegt. Da ist es irgendwie lang. Okay. Überall von mir. Ich würde... Ah. Ah! Ach, erstmal wieder rauf. Ja, das sieht schon gut aus. Ist nur die Frage, wo der Arsch die Punkt halbt. Also, wahrscheinlich noch mal höher. Mann! So. Zeig's aber noch an. Also doch da hatten wir noch ein. Und ich frage jetzt wo? Okay. Alter, wer bist du denn? Drei Mondbestrahler dann. Das ist nischt. Ja. Wenn es sonst nichts ist, müssen wir erstmal dezent zwischen uns und den Scheißleuten hier ein bisschen, äh, aua. Da unten sind auch noch welche und die wenige, welche ich da so sehe. Alter. Das kann nicht wirklich euer Ernst sein hier gerade, ne? Alter, der Turm da liegt ja ganz schön auf den Senkel. Alter Schwede, da harte Mut, ey. Äh, ouch. Schhh. So, da wollen wir mal. Sooo. Oh Gott. Oh Gott. Ja dann. Verlassen wir mal den Tempel. Wo ist denn die nächste Straße hier? Ja dann. Verlassen wir mal den Tempel? Wo ist denn die nächste Straße hier? Ah. Ja. Da haben wir doch wieder. Dann haben wir ja noch einen Schaden. Ja dann mal den Tempel. Ja dann war's. 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 Lalalala, Hollywood müsste auf jeden Fall was Neues haben, oder? Sehe ich das falsch? Nein, sehe ich richtig. So, ja, finde ich gut. So, hast du auch was Neues? Ja, da haben wir es. Ah, Punkte verfügt bei 1. So, finde ich gut. Und was hast du Schönes? Einen Punkt, den wir in... Naja, Bonusgeld ist mir egal, also, finde ich, ein bisschen das Defensives muss auch mal sein. Haben wir hier Schönes drinne. Ah, was haben wir da? Ach, dann lassen wir das mal so. Da war doch trotzdem noch was. Warum ist denn hier was? Nein. Schnauze. So, was haben wir denn hier? Ach, klar. Fragst du dich das also, ja? So, dann schauen wir mal, wo wir hier landen, na? So. 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 So, na, 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 na. Hm? Hallo, ey. Oh, and if you need me, just call. Ja, ja, tu ich da. Alter, vor sich. Richtig. Oder so, etwas so in der Richtung, genau. Wir können zum Beispiel sowas tun. Ja, mach ja auch nicht. So. So. So, was's up? It's your boy, Gawd. All you beautiful peeps came out tonight to help me test my latest invention. The Get Gauntlet 2.0. Hey there, ladies and bros. Good job. I want to show you something special. Something unlike anything you've ever seen before. This is the Get Gauntlet 2.0. The VR headset of your dreams. It gives you news. It plays your music. It lets you connect to the important people in your lives. Eintraub. Just another slice of genius from me. Honorary doctor of musical arts, August Gauntz. It's a new age, baby. The age of Gauntz. Ja, da bin ich ja hingerissen. God, I love y'all so much. And you love me, right? Let me hear it. All you need is love, baby. My love. Ja. Was tut er? Er wird zu weit, man. Hey, look. We have some more volunteers. Good luck, fucker. Gone. Out. Oh, shit. Ich glaube, das ist doof. Ich glaube, das sollten wir hinten bekommen. Da ist zum Beispiel einer. Gebe Feuer. Gebe Feuer. Ich schnauze. Schnauze, sag ich. Ich geh. Nichts. Oh, Alter. Und, adios, Transmitero Humero 2. Wenn ich selbst weiß, die Legion, und ich würd das, ich würde aber nur noch ein weiter an finden. Oh, herrsinn. Es hat sich nur mehr als drei. Ah, leppig. Oh, scheiße. Alter. Das ist blöd. Wo ist der Letzte? Wo ist der Letzte? Alter, was ist denn hier so schön, ey? Lala! Meine Fresse. Wo ist der Letzte? Frage. Was? Ach, wir sollen ihn auch fischen. Na dann. Ja, das muss ich sehen. Wenn ich leben kann. Ja. 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 Schnauze. Ja. Schnauze. Ja. 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 Na. Ja. 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 Na. Ja. Nein, 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 nein. Mit dem Laser. Von Space. They may as well have aimed it at my heart. I'm August Gaunt. And I'm gonna rebuild our city. Presenting I am the World. A benefit concert. Auf Wiedersehen. In addition to a night of amazing music by yours truly, the first 100 concertgoers will receive for free. Their own Get Gauntlet 2.0. Because unlike Mayhem, I love you. Son of a. Yeah. Bitch. We've seen what the Get Gauntlet 2.0 can do, yeah? We need to shut August Gaunt down, Agent. And fast. Oh, I bet I can help with that. I'm always happy to meet a fan. You want me so bad, come and get me. I'll tell you everything. Wow. What a helpful guy. This is obviously a trap. But we don't have any other clues. So I guess we might as well go along with it. Son of a show. So Friday. What kind of music do you listen to? Sometimes I listen to classical music while I work. Really? What's wrong with that? Nothing. If you're like 50. It's soothing. Hell, if I didn't, I'd probably snap under all this pressure and you're broadcasting this all over the scene, Stephanie. Sorry. Yeah. Schön, schön. Dann hör du deine Klassik. Kann ja wirklich beruhigend sein. Aha. Eine Maschine. Die uns nach oben fährt. So. Und nun? Dann rücken wir da hoch. Okay. Surprise, surprise. Gaunt's not here. War ja klar. Und halten? Ha ha ha. You're dead now, bitches! Hä? Anu? Ach, das war ja klar. Ha ha. Mehr bist du. Huuu. 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 Das war ja klar. Huuu. 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 Aus jeder Entfernung tödlich. Na, das macht ja Freude. Ach, du Arna ist nicht. Ja, das tut weh. Die Mannmauer, die Bursche. So, wo bist du denn? Hallo? Ja, ja. Du mich auch. Ach, Schnauze. Ach, da hinten ist wieder einer, aber das ist ja mein Traum. uwä. oder ha. Ääääh. Äigma. E wijze. Autsch! Fed販! bet � Juice dom Sau. Da oben bist du Sau. Also dieser Mr. Gaunt macht uns echt Schwierigkeiten, obwohl er scheiße singt und auch scheiße ist. Müssen wir uns mit seinen Schergen und idiotische Scharfschützen und hast du nicht gesehen rumschlagen. Kann ja nicht gut sein. Tagchen. So, wieder einer weniger. Das ist was RRFs nennen, violent conduct! Wie, was, 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 was? Komm! Wo sind sie denn jetzt? Wo ist sie? Wo ist die Kante? Nehmen gerade Zeit ja mal ein Ziel an. Wo denn? Ach da irgendwo. Da! Okay! Autsch! Nicht nett! Nicht nett! Echt nett! Autsch! Dein! 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 Ah! Dein! Team! Ach! Ja! Ach! Dein! Dein! Wir brauchen ein Team! hast du noch was jahre schützen so dann möchte ich mal eben wechseln nein 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 ja so wie du der freigst du aber egal auz mal wer glatt Ja, aber das tun wir dann nicht mehr in dieser Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Zuschauen. Bis zum nächsten Mal dann. Willi introduce the most volatile of all, the so-called Bombshells. Jewel is both La Belle and La Bette. She's equally as comfortable walking the runways in stilettos as engineering murder turrets. I like what I see. And then there is Rama. The irony is not lost on me that the world's foremost immunologist is herself one of the most lethal forces of destruction. Today is not your day. No team is complete without its lunatic. Redcard is a football-obsessed psychopath with a heart of gold. Well, maybe silver. Ja! How is the time when we dance? Age of failure. When circumstances are most dire. When the pressure is absolute. When only the heavy artillery will do. I call in the Bombshells. We're all agents. Agents of Mayhem. We're all agents. Agents of Mayhem. Untertitelung des ZDF, 2020